Ruhand, danke, dass du für meine Tochter den Weihnachten verpasst. Komm, guter Ruhand, guter Heide. So, dann würde ich auch mal sagen, Ruhand, für die schöne Feiten mit dir. Macht gut, Ruhand, Frieden. Tja, ich glaube, ich brauche noch ein paar Minuten. Ja, was soll ich sagen, Ruhand. Ich habe mich halt erst durch Markus kennengelernt, aber du als alter Holzwurm, der warst mir gleich von Anfang an sympathisch. Ich mochte dich echt gerne. Du hast mich immer erinnert an den verrückten Professor hier oder Doktor von Zurück in die Zukunft. Das war immer so mein Ding. Ich wünsche dir auf deinem Weg nach da oben alles Gute, Ruhand. Und wie gesagt, bei gutem Wetter hört man sich vielleicht mal. Die schöne Zeit, wo du Disco gemacht hast, hier auf der Insel, wo du viele Menschen einfach glücklich gemacht hast mit deiner Musik. Ich kenne es auch noch von früher. Ob du das im Kreiskulturhaus war oder ob du in der Disco zehnmal mitgesessen hast. Das war eben unsere Jugend. Halt einfach einen Platz an der Tegel frei für den Rest von uns. Alles Gute von der Eif. Alles Gute von der Dawn Da haben wir ja auch einen großartigen Trunkrat, den ich aus den 90er Jahren kennen kann. Das kurze Teil gibt es in der Gänse, aber das ist die Aufgabe der Hobbys. Ja, schade, dass wir das nicht gesehen haben, aber ich hoffe, so hat es wiederum die beste Brücke vom Punkt. Oh, das ist das. Dann können wir mal wieder, wenn wir uns noch nicht wiederkriegen. Wir sind noch nicht vorne, bitte.